In diesem Video geht es um Friedrich Nietzsche. Ich erkläre dir, wie sein Leben verlaufen ist, welche philosophischen Ideen er hatte und was bis heute davon geblieben ist. Friedrich Nietzsche war ein bedeutender deutscher Philosoph und Kulturkritiker des 19. Jahrhunderts. Er wurde am 15. Oktober 1844 in Röcken, Sachsen-Anhalt geboren und starb am 25. August 1900 in Weimar. Nietzsche war einer der einflussreichsten Denker seiner Zeit und beeinflusste die moderne Philosophie, Literatur, Kunst und Musik. Nietzsche wuchs in einer religiösen Familie auf und studierte Theologie und Philologie. Er wurde später Professor für klassische Philologie an der Universität Basel, bevor er aufgrund seiner schlechten Gesundheit und psychischen Probleme zurücktrat. Während seiner Zeit in Basel schrieb Nietzsche seine bekanntesten Werke, darunter »Also sprach Zarathustra«, »Jenseits von Gut und Böse« und »Ecke Homo«. Nietzsches Philosophie betonte die Bedeutung von Selbstverwirklichung und Selbstüberwindung. Er kritisierte die traditionelle christliche Moral und betonte die Wichtigkeit von Selbstschöpfung und Individualität. Nietzsche war ein Verfechter des Willens zur Macht, der die Entfaltung des individuellen Potenzials in einer von traditionellen Vorstellungen befreiten Gesellschaft ermöglicht. Nietzsche betonte auch die Bedeutung von Kunst und Kultur und wie diese unser Leben beeinflussen. Er argumentierte, dass Kunst und Kultur den Menschen helfen, ihre Welt zu verstehen und ihre eigenen Werte zu schaffen. In seinem Werk »Die Geburt der Tragödie« argumentierte Nietzsche, dass die griechische Tragödie ein Weg war, um die Dialektik des Apollinischen und des Dionysischen auszudrücken, die zwei Kräfte, die das Leben prägen. Nietzsche kritisierte auch die Gesellschaft seiner Zeit. Er kritisierte die moderne Gesellschaft und betonte die Notwendigkeit, den Menschen zu befreien, damit er sich zu einem höheren Wesen entwickeln kann. Nietzsche war ein Kritiker des Nationalismus und sah die Notwendigkeit einer globalen Perspektive und eines internationalen Geistes. Nietzsches Einfluss auf die Philosophie, Literatur und Kunst des 20. Jahrhunderts war enorm. Seine Ideen haben die existenzialistische Philosophie, die postmoderne Literatur und die moderne Kunst beeinflusst. Sein Werk hat auch die feministische Philosophie und die philosophische Anthropologie beeinflusst. Die Die Chirurgie und die代er Kräfte, die in Wirkstrau, die in Wirkstrau, die in Wirkstrau und die zwei SchleONE sind. Sie haben die zu einem guten Zeitpunkt, ihre Zustand, die in Wirkstrau und dieiciauer schl fridge und die Behindertage, die in Wirkstrau und dienacht haben, geht es um ein bisschen weiter. wir uns zusammen nicht mehr in wirkслиppen, das Thema fast. Vielen Dank.